wir haben unser erstes 360 football camp durchgeführt und zeigen euch in diesem video einige einblicke es geht los montag haben wir jetzt 39 vorbereitungen laufen dort ist die maschine nummer eins maschine nummer zwei die dritte maschine erste passübung aufstellen starten easy und werden dann steigern gestartet haben wir natürlich mit einem aufwärmen wo es auch um kognitive fähigkeiten ging und ja die spieler mussten auch einander zurufen damit sie auch im kopf warm wurden wir haben vier stationen aufgestellt wobei wir uns immer auf einen technischen teil des fußballs spezialisiert haben wie beispielsweise schussballkontrolle technik in der luft und haben dann immer rotiert das ist der weg sie super johle und noch 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 Wir kommen noch 30 Sekunden. Sehr gut. Wie läuft's? Ja, sehr gut. Er hat die Übung schon Gas gegeben. Auf ihm natürlich auch fertig. Jetzt geht's weiter. Jaaa. Wir müssen reagieren. Komm, komm, komm. Und dann haben wir hier die Prallen. Direkt spielen. Nummer 1. Direkt spielen. 2. Mitte direkt spielen. 3. Dann gehst du wieder rückwärts. Dann nehmt ihr ihn wieder in den Lauf mit. Spielt hier in der Mitte. 3. 1. Dann dort. 2. Dann da in der Mitte. 3. Und ganz schnell wieder hinten. Jeweils gegen Ende des Morgens machen wir verschiedene Spielformen. Oder beispielsweise 1 gegen 1. 2 gegen 1. 2 gegen 2. Oder auch Spiele wie 3 gegen 3. Am Mittag gab es dann immer ein warmes Mittagessen. Spezifisch für Sportler. Und im Nachhinein muss ich auch sagen. Es war richtig, richtig nice. Nach den ersten sehr, sehr intensiven Tagen waren die Spieler auch schon etwas müde. Und darum haben wir auch regenerative Massnahmen mit einbezogen. Und beispielsweise Fussballtennis oder andere technische Sachen, die jetzt nicht so anstrengend sind. Aber trotzdem auch förderlich, um besser zu werden. Bei einigen Stationen haben wir dann auch Wettkämpfe mit eingebaut. Dort, wo die Spieler auch Preise gewinnen konnten. Und dort waren sie natürlich extra motiviert. Jungs, Tag 4. Es geht los. Bis jetzt war es top. Vollgas. Die Jungs machen super mit. So muss es sein. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs. Vollgas. Nein, ich habe keinen Fall. Die Jungs machen... Okay, starten. Mach die bandige Dreik. Bam, bam, bam. Ho�, ho�. Beheer guter! Bravo, Fins! Und dreien! Dreien! Durch die! Nach dem eher lockeren Tag bzw. Regenerationstag sind wir, da haben wir natürlich wieder richtig Gas gegeben mit 4 Stationen, ganz intensiv und natürlich auch andere Übungen. Komm, komm, Wies! Action! Ja, sehr gut! Also! Kleines Gelb! Kleines Orange! Ja! Zieh, 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 komm! Ja, voll! Schwarz! Weiss! Schwarz! Schwarz! Go! 1 bis 10, wie hart ist die Chance im Posten? Top! 10! 10! 8! 8! 8! 9! 8! 9! 8! 8! 9! 10! 10! 10! 10! 10! Ja! 100! Jetzt kommt man weg, zack, übernehmen. Jawohl. Warte. Und jetzt zum Ball. Ja, okay. Einer für Joshua. Okay, wir sind bereit. Und wir machen weiss. Schwarz. Ja, okay. Weiss. Und zum Ball. Schwarz. Gut. Andere. Und los. Vorhand. Oh, sorry. Bravo, Gabriel. Ja, Gobi, eine. Sehr gut, ist gut. Nein. Okay, Gobi. Gut. Schön. Ah! Zwei. Geil. Weisse, weisse. Schön in die Höhe. Super. Vier. Komm, Schali. Komm, Schali. Oh! Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Komm jetzt. Mach den. Zehn Punkte. Fertig. Zwei. Ganz geil. Mach alle rein. Vier. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Ja, komm jetzt. Sachs! Komm, 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 komm. Oh! Vier Sekunde. Komm jetzt, drei, drei. Los! Ein. Nein. Oh, separiert. Zwei Punkte. Muss sauber sein, ja. Jungs, machen wir die Bälle nächstes Mal. Schön. Vier Punkte, ganz weg. Wah! Tape. Ja, das passt gut. Uh-oh. Huuu! Huuu! Hou! Hei. Hoog, 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 hoog. Komm komm, komm. Tape tape tape! It should be bold as well. Wow! Jawoll! Draping! Vierpünkt! Oh, vierpünkt! Komm, 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 komm! Er kann auch noch schaffen! Golden one! Macht er, macht er, macht er! Nein! Ernest! Komm! M? Das ist M. Ja, genau. Können wir da nicht so mehr holen? Die M. Am letzten Tag haben wir dann noch eine eigene Skills Challenge eingebaut, auch mit verschiedenen Stationen, wo man dann immer weiter konnte, wenn man eine Station erfolgreich abgeschlossen hat. Und ja, da ging es auch um Zeit und gab auch einige Gewinner. Ja, du bist du! Ja, du bist du! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020